Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coaching möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Es gibt bestimmte Sätze, die höre ich in den ersten Gesprächen mit meinen Kundinnen immer wieder. Ich habe so lange gegen meine Werte gelebt, das will ich einfach nicht mehr. Ich wollte nicht mehr länger den ganzen Tag nur irgendetwas abarbeiten, ich will mich weiterentwickeln und das konnte ich in meinem Job nicht mehr. Ich will nicht immer nur die Ideen meiner Chefs umsetzen, sondern endlich selbst kreativ sein. So oder so ähnlich ging es dir vielleicht auch, als du dich entschieden hast, dich als Coaching selbstständig zu machen. Du willst Menschen unterstützen beim Einstich in den Beruf nach der Elternzeit, beim Loslösen von den erwachsenen Kindern oder bei der Abgrenzung von einer allzu fordernden Mutter. Du willst Frauen helfen, starke Kinder zu erziehen oder gesunde Beziehungen zu leben oder stressgeplagte Mütter zur Ruhe und Gelassenheit führen. Ich bin immer wieder begeistert, wie vielfältig die Ideen sind, mit denen meine Kundinnen kommen. Jede Idee ist so wertvoll und in jedem Fall denke ich, wow, was für ein wirklich sinnvolles Ziel. Und genau das ist es ja auch, was dich vermutlich antreibt, etwas wirklich Sinnvolles zu tun. Das ist eine Vision, die sich richtig gut anfühlt und vor allen Dingen ist sie auch stark. Interessanterweise passiert gleichzeitig aber oft etwas sehr Spannendes. Du denkst nämlich, ich kann das gar nicht. Ich bin total unsicher. Wie soll ich das bloß schaffen? Deine Gedanken bremsen dich da manchmal aus. Der Zweifler, der Kritiker und wie sie alle heißen, spuken in deinem Kopf rum und hindern dich daran, wirklich konstruktiv nach vorne zu denken und vor allen Dingen gut dann auch voranzukommen. Sorry, wenn ich das jetzt so direkt sage, aber dabei machst du einen riesengroßen Fehler. Du denkst nämlich, alles ist neu, alles ist fremd. Und das stimmt einfach nicht. Du hast nämlich mit dem, was dich ausmacht, mit deinen Eigenschaften, mit deinen Kompetenzen schon bisher in deinem Leben und in deinem Berufsleben Erfolge gehabt. Und wenn du dir das bewusst machst, dann ist der Schritt in die Selbstständigkeit schon viel leichter. Du brauchst für langfristigen Erfolg fachliche Kompetenzen und unternehmerische Kompetenzen. Und beides hast du. Auch wenn du dir jetzt wahrscheinlich sagst, bei der unternehmerischen Kompetenz, was meint die jetzt? Das leuchtet vielleicht erstmal nicht sofort ein. Das erkläre ich dir später. Die fachliche Expertise, die ist so dein Anker in der Selbstständigkeit. Potenzielle Kunden kommen zu dir, weil sie dein Wissen schätzen, deine Fähigkeiten. Und du hast wahrscheinlich ja auch eine fundierte Weiterbildung gemacht, hast ein paar zusätzliche Qualifikationen. Und so wie ich dich einschätze, wirst du dich auch nicht auf alten Lorbeeren ausruhen, sondern einfach auch weiter lernen. Und wenn du jetzt noch deine Lebenserfahrung und deine Persönlichkeit zusammenbringst mit deiner Expertise, dann hast du ein wirkliches Fundament, das dir hilft, dich von der Konkurrenz abzuheben. Jetzt denkst du vielleicht, das machen sie ja alle. Wie kann ich mich da unterscheiden? Die Antwort ist ganz einfach. Dich gibt es nur einmal. Du strahlst etwas ganz Besonderes aus. Und jede, die jetzt hier zuhört, ist einzigartig. Ich habe vorhin gesagt, es ist ein großer Fehler, zu denken mit dem Schritt in die Selbstständigkeit, ist alles neu. Das stimmt einfach nicht, denn du nimmst deine Persönlichkeit ja mit und darauf kannst du dich verlassen, weil du so bist, wie du bist. Genau deshalb hast du bestimmt schon früher gute Kontakte gehabt oder du hast mit deinen Kollegen erfolgreich kooperiert, du hast Projekte umgesetzt, strukturiert gearbeitet, Ziele verfolgt. Und all das, das hilft dir auch jetzt. Das ist nicht alles neu. Du nimmst dich mit und du kannst dich auch auf dich verlassen. Neben diesen fachlichen und persönlichen Kompetenzen brauchst du unternehmerische Kompetenz. Und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Auch wenn ich hier ebenfalls sage, es ist nicht alles neu. Ich habe dir ja vorhin versprochen, zu erklären, wie ich das meine. Denn klar, zunächst mal ist Marketing vermutlich ein Fremdwort für dich. Als Verwaltungsangestellte arbeitest du Akten ab. Als HR-Verantwortliche kümmerst du dich um Fortbildungen fürs Team. Als Führungskraft arbeitest du in wichtiger Mission direkt dem Chef zu. Alles auf den ersten Blick weit entfernt von Marketing. Dein Schritt in die Selbstständigkeit ist ja eine Art Übergang. Und Übergänge kannst du erfolgreich meistern, wenn du nicht nur auf das Neue vor dir schaust, sondern auch mal den Blick zurück machst. Deine bisherigen Tätigkeiten, Erfolge, Erfahrungen, die helfen dir, wenn du sie bewusst und reflektiert auf die neue Situation überträgst. Und so, und jetzt gucken wir mal auf Marketing. Wenn wir also Marketing mal etwas allgemeiner betrachten und definieren als Möglichkeit, Menschen auf etwas aufmerksam zu machen oder Menschen von etwas zu überzeugen, was wertvoll ist, Menschen mitzunehmen auf einen Weg, der sinnvoll erscheint. Dann kriegt doch wahrscheinlich Marketing in deiner Vorstellung schon eine ganz andere Qualität. Ich bin mir da nämlich sicher, du hast schon ganz viel Marketing-Erfahrung in deinem Leben gemacht. Du hast das nur nicht so genannt. Du hast deinen Chef vielleicht davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, für das Team den Referenten XY einzuladen. Marketing im Sinne von überzeugen von einer Idee. Oder du hast dir überlegt, nicht, was du am besten anziehst für dein erstes Date. Beste Form von Selbstmarketing beginnt schon im Bad. Oder du überzeugst deine Familie davon, den nächsten Urlaub mal lieber auf Lanzarote zu machen und nicht in Bayern. Marketing im Sinne von argumentieren für ein bestimmtes Produkt. Wenn du dir klar machst, dass du als Coach andere Menschen auf dein Angebot aufmerksam machst, dass du sie von deinen persönlichen Qualitäten überzeugst und auch noch zeigst, dass du fachlich was drauf hast, dann machst du Marketing im besten Sinne. Das ist sozusagen der Blick zurück. Du überlegst dir, was du bisher schon gemacht hast, um andere von etwas zu überzeugen und für dich zu gewinnen. Wenn du mit diesem Verständnis Marketing denkst, dann braucht sich das auch gar nicht fremd oder unangenehm anzufühlen. Der Blick nach vorne ist dann noch, du baust Marketingwissen auf. Klar, das brauchst du natürlich auch und das kannst du lernen. Gerne auch bei mir. Also, wie erstelle ich eine Webseite? Wie schreibe ich Blogartikel? Wie entwickle ich eine Content-Strategie? Wie baue ich eine E-Mail-Liste auf? Damit für dich Marketing auch mit all dem neuen Wissen da nicht unangenehm wird, brauchst du Klarheit darüber, was für dich gut passt und das nenne ich authentisches Marketing. Du entscheidest, was du machen willst und womit du dich wohlfühlst. Du musst keine Reels tanzen und jeden Tag eine Story darüber machen, wie du mit dem Hund spazieren gehst. Es gibt für jede Coaching die passende Strategie. Die darfst du rausfinden, denn damit fühlst du dich dann auch sicher und darum geht es ja heute. Was brauchst du, um dich am Anfang deiner Selbstständigkeit sicher zu fühlen? Jetzt haben wir die fachliche Kompetenz, deine Persönlichkeit und eben auch ein Marketing, mit dem du dich wohlfühlst. Das muss überhaupt keine Marktschreierei sein, auch wenn dir das manchmal so vorkommt, wenn du bei den sogenannten Experten schaust. Kundenakquise. Das ist auch so ein Wort, was Unbehagen auslöst. Viele kommen sich komisch dabei vor, wenn sie sich selbst und ihr Produkt anpreisen sollen. Aber du musst das nun mal, wenn du mit deinem Business Erfolg haben wirst. Ich finde, auch hier hilft ein kleiner Mindshift. Es ist doch wunderbar, dass du etwas kannst, was anderen Menschen hilft. Davon darfst du erzählen. Du willst ja keinem unter der Hand eine alte Waschmaschine andrehen, sondern du sorgst dafür, dass das Leben von Menschen besser, zufriedener, glücklicher wird. Und dafür lohnt es sich doch zu werben, oder? Du bietest etwas Wertvolles und Marketing ist die Brücke, damit die Klienten auch zu dir finden können. Und du bietest einen echten Mehrwert für Menschen, die genau das brauchen. Indem du dein Angebot kommunizierst, ermöglichst du es ihnen, dich zu finden und von deinen Fähigkeiten zu profitieren. Das ist doch wunderbar. Und eins kann ich dir versprechen. Auch Marketing ist ein Lernprozess. Es ist normal, dass es am Anfang sich irgendwie ungewohnt anfühlt. Und so wie du deine fachliche Expertise gelernt hast, so kannst du auch Marketing lernen. Und mit jeder Erfahrung fühlst du dich sicherer. Du baust Schritt für Schritt deine Präsenz auf, ohne dich dabei zu überfordern. Also, was gibt dir gleich am Anfang Sicherheit? Deine fachliche Kompetenz, deine Persönlichkeit und deine bisherigen Erfahrungen mit Marketing, die du nur früher nicht so genannt hast. Was gibt dir noch Sicherheit? Für mich ist hier ganz wichtig, kluger Support und mentale Stärkung. Was braucht es dazu? In erster Linie Menschen, die dich unterstützen und ermutigen. Das können Personen aus dem direkten privaten Umfeld sein, dann ist es super. Manchmal sind es aber auch gerade die, die dich eher bremsen, weil sie an deiner Idee zweifeln. Dann ist es umso wichtiger, dass du dir Unterstützer in anderen Kreisen suchst. Zum Beispiel Business-Netzwerke, in denen sich Frauen zusammenfinden, die in der gleichen Situation sind und sich gegenseitig unterstützen, bestärken, Tipps geben oder einfach mal deinen Frust ertragen. Ich habe zum Beispiel nur noch einen einzigen Berührungspunkt mit Facebook und das ist eine geschlossene Gruppe von etwa 100 Frauen, die sich nach einem gemeinsamen Online-Programm zusammengeschlossen haben. Hier können wir alle Fragen loswerden. Es dauert meist keine fünf Minuten und irgendjemand hat eine Idee dazu. Oder es gibt regelmäßige Rubriken, neuester Blogpost oder worauf ich diese Woche stolz bin. Das tut einfach gut, Mitglied in einer solchen Gruppe zu sein und du fühlst dich einfach nicht allein und du bekommst vor allen Dingen jede Menge emotionale Unterstützung. Mach mal den Check in deiner Umgebung. Da rede ich öfter davon, weil ich das so extrem wichtig finde. Welche Menschen geben dir Energie? Welche sind energieneutral und welche rauben dir Energie? Indem sie dich zum Beispiel mit ihren eigenen Ängsten konfrontieren, statt einfach gut auf dich einzugehen. Und bei dieser dritten Gruppe, da würde ich mir echt genau überlegen, wie viel Zeit ich denen schenke. Ich selbst habe mir auch immer wieder Profis dafür gesucht, um mich nicht nur zu unterstützen, sondern damit sie mich auch fördern und herausfordern. Ich habe mal gelesen, Mentoren sind Menschen, die bereits dort sind, wo du hin möchtest. Sie haben eine Herausforderung des Anfangs gemeistert und sie können mit praktischen Tipps dir zur Seite stehen. Und ihre Erfahrung hilft dir, häufige Fehler zu vermeiden und vor allen Dingen den Fokus auf das Wesentliche zu legen. Sie stellen kluge Fragen und geben dir konstruktive Kritik zu deinen Plänen und zu deinen Ideen. Ich selbst beschreibe mich immer mit drei Rollen, die das auch so ein bisschen bündeln, was ich gerade gesagt habe. Ich bin irgendwie Bergführerin, die Sicherheit gibt, weil ich den Weg schon kenne. Ich kann dir zeigen, wo du bei deiner Klettertour am besten die Hände und die Füße hinsetzt. Ich bin auch ein Tourguide für gute Orientierung. So ein Guide, der, was weiß ich, in der Megacity wie Bangkok die erste Stadtführung macht und dann weißt du schon mal grob, was es alles gibt. Und nicht zu vergessen, ich bin auch sowas wie eine Personal Trainerin für Verbindlichkeit. Es werden Termine gemacht, Ziele festgelegt und damit kommst du auch ins Tun. Wenn du dir jemanden suchst, dann achte vor allem darauf, dass dir nichts übergestülpt wird. Nach meiner Auffassung geht es immer darum, einen individuellen und sehr authentischen Weg zu finden. Es gibt kein One-Fits-All-Marketing. Ein Marketing-Schema für alle. Das funktioniert nicht. Unser Thema heute ist ja, was gibt dir am Anfang Sicherheit? Und dazu gehört auch eine emotionale Unterstützung, also Mut machen, wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Helfen durchzuhalten, wenn es mal schwieriger wird. Helfen, den Fokus nicht zu verlieren. Das kann eine vertraute Business-Gruppe leisten oder eben auch jemand, der dich im 1 zu 1 in deine Selbstständigkeit begleitet. In meiner eigenen Rolle als Mentorin, da merke ich immer wieder, dass es mir hier auch sehr nützt, selbst Coaching zu sein und nicht nur Wissen über Marketing zu haben. Denn du weißt genauso gut wie ich, aufbauende und stärkende Gespräche sind im Coaching weit mehr als der Austausch mit der besten Freundin, obwohl sie es vermutlich auch sehr gut mit dir meint. Also, ich fasse nochmal zusammen. Fachliche Sicherheit und mentale Stärke am Anfang der Selbstständigkeit geben dir ausgewählte Menschen, Freunde, Netzwerke und eben auch der professionelle Support durch Mentoren. Mit Menschen, die dich fördern, die dir ehrliches Feedback geben und dir in schwierigen Zeiten Rückhalt bieten, da schaffst du dir ein sicheres Fundament für deinen Erfolg in der Selbstständigkeit als Coach. Zum Schluss gibt es noch einen Gedanken, den ich dir mitgeben möchte. Erwarte nicht zu viel von dir und vor allem erwarte es nicht zu schnell. Ein realistisches Erwartungsmanagement ist eine weitere wesentliche Komponente für den mental und emotional sicheren Start in die Selbstständigkeit. Du hast große Visionen und das ist wunderbar, das treibt dich an, das motiviert dich. Doch es braucht eben auch Zeit, bis du online wirklich sichtbar bist und die ersten Klienten anklopfen. Wenn du von Anfang an realistische Erwartungen hast, dann bist du einfach weniger enttäuscht oder frustriert. Wenn du mir hier zuhörst, dann nehme ich an, dass du ähnlich tickst wie ich und vermutlich hast du dann auch eine Aversion gegen diese Werbung in drei Monaten fünfstellig oder schon nach einem Jahr sechsstellig oder was auch immer für zweifelhafte Garantien da gegeben werden. Setz dir lieber erreichbare und messbare kleine Ziele, anstatt sofort den großen Durchbruch zu erwarten. Dein erstes Ziel, wenn deine Positionierung klar ist, könnte sein, eine Website zu erstellen und die ersten Klienten zu gewinnen. Dann bleibst du motiviert und kannst kleine Erfolge feiern. Mein Motto ist, eher langfristig denken als auf schnelle Erfolge zu setzen. Dann schaffst du dir Schritt für Schritt wirklich eine solide Grundlage für eine erfolgreiche und eben auch für eine echt erfüllende Selbstständigkeit als Coaching. Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal. Auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst. Deine Bettina. Du hast auch gesagt, was du willst. Deine Bettina. Du ist ja mammalisch befindlich. Die Leimbare Deine Bettina. hurting mich anstreffend. Geez mich anstre einfach. Untertitelung des ZDF, 2020